Die Zettel zum Verkaufsschalten sind hier vorne an der Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank, Gopal. Es war eine unwahrscheinliche Konzentration in meinem Kopf. In meinem Körper ist Kälte. In meinem Gefühl ist eine leichte Euphorie. Aber gepaart mit ein bisschen Unsicherheit. Und meine Gedanken gehen durch diese, ich denke über dieses Körper, Geist, Körperemotion. Und das war das dritte Körper, Geist und Emotion. Da denke ich an Herz, Geist, Verstand. Und die drei Verstandesebenen, der Herzverstand, der Rauchverstand und der Kopfverstand, dieses Einssein. Wie geht's euch? Hier haben wir zum Beispiel vorne eine Situation. Ich weiß nicht, was da los ist, aber hier konkret wäre die Frage, wie fühlen sich jetzt alle Beteiligten? Vor allem die, die jetzt gerade sprechen. Wie fühlt ihr euch gerade? Wie fühlt sich das an, so in eine Interaktion zu treten? Wollt ihr das noch? Wollen wir das noch? Und ich habe auch irgendwo ein Kommunikationsteam gesehen. Das ist gerade, als ich auf die Idee gekommen bin, euch anzusprechen. Von der Polizei ist das verschwunden. Und wo ist denn das Kommunikationsteam der Polizei? Ist das hier irgendwo? Also falls von den Polizeikräften jemand sich mitteilen möchte, wäre auch dafür noch lauf, dass jemand diesen Schritt wagen möchte. Disclaimer. Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wieder. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up! Untertitelung des Zufall